hallo leute und willkommen zum dritten part rome 2001 und ja letztes mal haben wir zwei sehr spannende schlachten geschlagen und jetzt müssen wir schauen dass wir die arevaka irgendwie ausschalten weil die sind immer noch eine bedrohung leider haben wir kein geld um uns ein spion zuzulegen das bedeutet ich sehe auch gar nicht ob der vielleicht schon neue truppen stationiert hat aber ich würde sagen wir beenden jetzt einfach mal die runde weil wir nicht viel machen können außer noch irgendjemanden sehr schön der möchte noch gerne eine neue fertigkeit oder was ist das genau sind die fertigkeiten dann agenten bewegungsreichweite und moralisch eigentlich immer ganz cool ganz gut ist ja natürlich moral plus bewegungsreichweite ist besser als es bloß moral wobei 20 prozent einkommen durch plündern naja nee machen wir das mit der bewegungsreichweite und der moral so ach wir können gleich noch mehrere sachen auswählen dann verbessern wir das gleich noch mal ein stück plus zwei belagerungszeit das ist doch auch nicht schlecht so okay dann würde ich sagen wenn wir die runde gucken dass wir ein bisschen geld reinkriegen und dann beantworte ich auch nebenher gleich mal ein paar kommentare wo sind sie denn hier gibt so eine tolle app für youtuber die ich ganz praktisch ja jemand hat gemeint ob ich aus polen kommen nein nein wobei also so gesehen aus dem heutigen polen vielleicht weil wir wenn mein opa kommt wobei das gehört ja inzwischen zu russland ganz vergessen heißt ja kaniningrad ja mein opa kam aus aus preußen nähe von königsberg gehört ja heute nicht mehr zu deutschland naja deswegen die frage nicht mehr so unberechtigt okay wir haben hier einen spion bekommen der wurde ja nur verwundet fällt mir gerade auf stimmt der wurde ja gar nicht getötet das ist ja eigentlich ganz gut ich würde sagen gehen wir hier weiter vor und gucken mal was der fein zu macht und die einheiten wieso verbessern die sich nicht denn lässt das ereignis das wütende heer okay fickt durch den wald in der heger tour de program und stelle ich doch nichts weiter das passiert das bedeutet wohl dass ich irgendwas nicht machen untypisches wetter brennt heißer sommer schenk liegt daran oder naja so wir könnten den jetzt verbessern aber das ist geld das kann man lieber woanders investieren zwar vielleicht hier in die provinz warten jetzt aber noch eine runde und dann kann man irgendwas ausbauen okay was ich sagen ab in die nächste runde dann geht's weiter jemand hat gemeint ja ich find's toll wenn ich ein bisschen schwäbisch spreche also ich find's toll wenn du ein bissle schwäbisch sprich sprich das ist so ein wort das benutzen wir im schwäbisch nicht weil wir sagen schwätze deswegen sprich das klingt sogar für mich ein bisschen komisch und dann hat er gemeint ihn würde es freuen wenn wenn ich ein paar schwäbische worte in meine videos mit nahe bringen grüße aus heilbronn jemand anders hat dann gleich drunter geschrieben nee finde ich gut ich habe überlegt das könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob ihr das hören wollt dass ich so immer mal wieder in einem video ein oder zwei schwäbisch also richtig typisch schwäbische worte oder redewendung benutzt und dann eben quasi bis zum nächsten part euch dann rätseln dass was das denn heißen soll ach da unten haben wir eine armee von ariwakan das ist natürlich sehr schön also nicht bedeutet aber auch gleichzeitig wir wissen dass wir jetzt schon mal einheiten rekrutieren dürfen ja 160 das kann man uns leisten sogar zwei davon so und wir müssen hoffen dass unsere truppen sich hier ein bisschen besser ja wieder auffrischen dass wir volle armeen haben angriffsbonus für landeinheiten das wäre natürlich schon mal nicht schlecht die belagerungen sind allgemein aber auch echt gut ich denke jetzt wird es erstmal demnächst zum kampf kommen deswegen angriffsbonus ja nehmen wir mal den angriffsbonus mit so also momentan wird sehr viel militärisch geforscht aber das wird sich auch ändern sobald wir die meisten gegner hier viel iberischen halbinsel ja ausgelöscht haben ok weiter geht's was mir nur nicht gefällt ist dass wir momentan echt kleinen puffer haben was die ähm was das geld betrifft so ähm dann hat noch jemand eine historische frage gehabt äh und zwar flow low ich hoffe man spricht so aus er hat gemeint er hat gemeint denkst du dass hitler den zweiten weltkrieg gewonnen hätte wenn er russland nicht angegriffen hätte ähm kommt drauf an wie du es jetzt siehst also erstens nein weil russland hätte auf jeden fall irgendwann mal deutschland angegriffen das ist eigentlich ziemlich sicher also stalin hätte äh der faschismus und der kommunismus das sind ja totale erzfeinde die die hätten sich irgendwann mal angegriffen also wir wollen hier vielleicht mal ähm was machen wir denn gepäck zu stören ausrüstungsbonus ne äh vorräte vergiften das geht auch in die hose das bedeutet wir ziehen einfach mal die armee mit aber ähm ja auf jeden fall ich denke dass wenn deutschland nicht in russland einmarschiert wäre irgendwann mal russland in deutschland einmarschiert deswegen ja soweit würde sich da nicht viel ändern und ich denke wenn die bei uns erst einmal schläft werden wäre es halt noch schneller zu Ende gegangen jetzt äh brüderliche liebe ein mitglied eurer familie würde von einem bruder ummordert der mörder sagt er habe keine wahl gehabt da sein bruder heiligen baum blablabla feuerholz verwendet hat boah ist das böse ähm ja also ich meine so einen heiligen baum das macht man eigentlich nicht also man bringt auch nicht seinen bruder um das macht man nicht also ich entscheide jetzt da eigentlich nicht danach was vielleicht richtig wäre sondern einfach nur danach wie ich entscheiden würde so der kommt da jetzt nicht in eine runde durch das ist wichtig also dass er da nicht in eine runde angreifen kann weil nächste runde haben wir auch automatisch noch mal eine einheit mehr und dann könnte man den feind besser angreifen ok wenn wir einheiten rekrutieren ist gleich noch haben wir noch gleich einen anderen bonus und zwar dass wir da plus sechs prozent verstärkungsrate haben das ist natürlich ganz praktisch ähm dann wenn hit äh wenn russland allgemein nicht im krieg involviert gewesen wäre denke ich jein je nachdem diese was wäre wenn szenarien sind immer ein bisschen fraglich also wenn die kompetenz ähm geben gewesen wäre wie sie vielleicht es teilweise war dann wäre das in Ordnung aber da hitler früher oder später größtenwahrne sich geworden wäre egal was passiert wäre ähm ist es eben so oh verdammt mir noch sonst ich grabe das ist es eben so dass er vielleicht hätte auch ziemlich failen können weil es gab trotzdem noch die usa und england ich denke ohne russland wäre es möglich gewesen die zu besiegen aber ich bin mir ziemlich sicher dass der größtenwahrne da ein bisschen naja das ganze ja etwas negativ ausgehen hätte lassen können ja greifen da jetzt ein Feind an das kann man eigentlich auch so verlassen ach nein wir spielen das Gefecht einfach nur dass wir weniger Verluste haben also ich bin der Meinung dass ein Krieg gegen die ganze Welt allgemein nicht möglich ist dazu bin ich der festen Überzeugung dass wenn er gewonnen hätte das bis zu seinem Tod allerhöchstens angehalten hätte und danach hätten sich die Bevölkerung alle wieder äh die Völker alle wieder befreit weil es lässt keiner mit sich machen ähm so ein Regime lässt sich eigentlich kaum irgendwie halten und wenn dann quasi der Führer auch noch stirbt und andere an die Macht kommt dann wäre das zu destabil äh also ja wäre das ganze aus der Hand gebrochen aber vielleicht vielleicht hätten sie es geschafft ich meine sie hätten es vielleicht auch mit äh gegen russland geschafft wenn man dann nicht ähm zu größenwahnsinnig gewesen wäre und hätte äh also Hitler einfach auf seine generelle hören sollen so wobei im Nachhinein war es gut dass es nicht getan hat aber der Krieg wahrscheinlich bloß noch ein bisschen länger gegangen und ähm es hat noch länger gedauert um Deutschland wieder aufzubauen aber naja immer diese ja ich finde die was wäre wenn Szenarien eigentlich immer ganz interessant nur lässt sich da eigentlich nicht viel sagen wenn man die weiß wie sich die einzelnen Leute entschieden hätten etc ok äh ich würde sagen die Formation ist jetzt mal eigentlich relativ egal wir ploppen die jetzt hier einfach mal hinten ach ich kann die hier vorne auf pff hab ich die jetzt da hinten aufgestellt davon ist ja unsere Linie so ok dann sieht die Sachen natürlich nochmal ganz anders aus jemand hat auch gemeint ach wir können die Einheiten da allgemein davon her aufständlich ja super da hat noch jemand gemeint ähm ich solle doch ähm genau die Steinschleure sind erst auf Dauer effizient das kann sogar sein das meine ich sogar auch dass ich die Erfahrung auch mal gemacht habe also dass die halt nach einer gewissen Zeit relativ reinhauen aber bei der KI die ja greift halt relativ schnell immer an macht das wenig Sinn so Steinschleurer hoch die Kavalerie an die Flanke und den General auch hier hoch Feind steht hier drüben die Leute die Armee mit der Flanke hier mal hier so mit der Armee Flanke hier mal hier jetzt schauen wir mal hier sollten wir auf jeden Fall rennen und hier lassen wir die Leute mal normal laufen also genau andersrum wie es jetzt gerade standardmäßig war ähm kann man hier auf dem kleinen Berg ja da habe ich jetzt die Kavalerie ausgewählt so kann man hier die Bogenschützen hinstellen die Kavalerie hier auch irgendwo den Generalen stellen wir hier auf so ihr dürft rennen vielen Dank dann vielleicht noch ein weiterer Kommentar ähm ja da hat noch jemand gemeint dass er The Great War sehen will also ich habe festgestellt also ähm ich habe eine neue Aufnahmemethode entdeckt quasi okay was heißt entdeckt die gibt es schon Ewigkeiten aber ich habe es jetzt eigentlich die genutzt da muss ich die Videos nicht rendern das hat natürlich auch Nachteile aber es hat den Vorteil dass ich viel viel mehr produzieren kann jetzt gerade weil ich demnächst ähm Ferien habe habe ich mir überlegt dass ich mehrere Hauptprojekte laufen lassen kann dann wäre es vielleicht sogar möglich dass The Great War und ähm ah hier nicht Napoleon Total War sondern Rome Total War kommt okay da hat jemand gemeint äh ob ich Franzose bin ähm da hat einer gefragt wie kommst du darauf also ihr wisst für die Leute die neu dabei sind Franzosen sind so das ist so ein Land mit so Menschen also da die mag ich nicht so also jetzt nicht unbedingt die Menschen aber ich ich als Schwabe hat man so eine gewisse Grundabneigung gegen Franzosen deswegen ja nein das ist auch nicht ernst dass wenn ich in Straßburg bin verprügel ich da keine Franzosen nicht das jetzt denkt hier da älsten die Probleme mit aber wir machen uns sehr sehr gerne über Franzosen lustig und deswegen hat er eben gemeint ob ich Franzose bin ja das hasse ich ein bisschen manchmal wenn man die Einheiten so rumziehen kann da muss ich mich erst noch gewöhnen das ist damit komme ich gar nicht klar ich muss mal ganz kurz den Sound ein bisschen leiser machen von der Musik so ok dann schauen wir mal ich glaube ich habe jetzt den Rauschfilter ausgeschaltet oder äh den Rauschanfall ja ok dann habt ihr vielleicht ein kleines Grundrauschen in dem Part das wird dann im nächsten Part wieder besser aber ich versuche einfach die ganze Zeit zu reden ich habe auch so ein bisschen Probleme dass ich mal so einatme das merke ich immer wieder wenn ich mir meine eigenen Gefechte anhöre es tut mir wirklich furchtbar leid ich weiß auch nicht woran es liegt das mache ich eigentlich auch nur bei Total War Projekten ich versuche es aber irgendwie unter Kontrolle zu bringen so dann versuchen wir jetzt hier vielleicht in die Flanke zu fallen mit den drei Einheiten so ok ähm ja dann greifen wir hier jetzt einfach an ok da haben wir jetzt nicht so viele Nahkämpfer ah da haben wir noch eine Einheit so dann greifen wir jetzt hier einfach mal irgendwo an so mit dem versuchen wir hier die Kavalerie abzufangen dann können wir jetzt ja hier die Einheit da oben aufstellen so und die Generalzieme auch gleich hinterher so die feindliche Kavalerie hat Verluste das ist sehr gut wir auch aber sie halten sich wirklich in Grenzen die Fernkämpfer hier werden auf jeden Fall fliehen das ist sicher da chargen wir jetzt mal die Infanterie weg ganz wichtig so und wir versuchen hier jetzt zu flankieren so jetzt nehmen wir hier die Kavalerie mit und greifen mit der hier die Bogenschützen an wunderbar da kann man vielleicht auch mit dem General ein bisschen nachhelfen und wir machen das hier wie folgt wir ziehen die hier rein und schießen dann die Bogenschützen hier weg beziehungsweise wir schießen sie nicht weg wir reiten sie um so Bogenschützen können halt auf Dauer tatsächlich Schaden machen und den kann ich mir eigentlich sparen so ich glaube auch den Bonus dass der Feind im Plündermodus war ich bin mir gar nicht sicher wie sich das auswirkt ich meine zu behaupten da hat man dann Nachteile ich bin mir auch nicht mehr sicher aber ich meine es zu behaupten ich würde mal angegriffen werden ich geplündert habe das ganze ja war ein bisschen eklig also ja unser General wird angegriffen okay dann kann man jetzt vielleicht hier auch mal ach da haben wir noch eine Bogenschützeneinheit ja dann können wir ja doch im Nahkampf äh im Nahkampf bleiben können auch versuchen hier jetzt irgendwie den den General rauszupicken so wobei die Steinschleudere fliehen noch nicht ganz da sollten wir vielleicht noch ein bisschen rein so ich versuche jetzt nicht mit meinem General sein General zu töten das ist natürlich relativ riskant aber dadurch dass wir von hinten angreifen könnte das sogar funktionieren und solange er sich auf einen General nicht konzentriert sowieso so die benutzen wir jetzt ausschließlich um den General anzugreifen zumal die jetzt sowieso gleich fliehen und dann sieht das ganze eigentlich ganz gut aus jetzt kommen vielleicht auch Einheiten die jetzt zu viel Verluste der Litten haben raus sind dass sich die Verluste so ein bisschen äh gleichmäßig verteilen sage ich mal dass wir nicht ähm wegen einer Einheit noch eine Runde länger in der Stadt warten müssen oder so so also das passt alles wunderbar und es sieht auch so aus ob wir nicht viele Verluste hätten so da hat da feint eine Einheit die hält da noch ganz gut durch ich würde sagen schicken wir da auch noch einen General rein und die Kavalerie im Allgemeinen so und dann denke ich mal war's das genau das muss jetzt noch kurz durchlaufen und ja ich weiß jetzt glaube ich warum ich so atme wenn ich ähm sehr viel rede muss ich natürlich auch sehr viel atmen und das mache ich eben so Stabatmungsmäßig das muss ich mir vielleicht abgewöhnen machen die Leute im Radio aber auch müsste mal drauf achten okay gut dann muss ich halt jetzt in Zukunft öfters mal ein bisschen durchatmen aber das Gefecht war auf jeden Fall erfolgreich Gefecht beenden sehr schön 200 Verluste der Feind 800 hat also ganz gut geklappt eine Einheit von mir hat jetzt paar mehr Verluste als ich hätte eigentlich kriegen sollen aber naja ja nachdem gemeint ist mit den Fernkämpfern wenn jemand gefragt was die Motivität Impera macht macht alles die ändert alles eigentlich von Einheiten über 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 Bilder über Balancing über Gameplay Elemente die ändert alles dann hat noch einer gemeint ah ne der Kommentar mit vorher mit den schwäbischen Kommentaren ähm dieses sehe ich anders das war gar nicht ein Kommentar darauf sondern auf die Aussage dass ich ähm meinen ich sag mal Stammesanführer als General benutzen soll ja dazu sage ich gleich noch was und hat jemand auch noch eine Frage gehabt zu einer Mod wo er Probleme hat da kann ich im Regelfall eigentlich nicht sehr viel helfen weil wenn eine Mod nicht funktioniert dann let's play ich sie nicht und deswegen habe ich da wenig Erfahrung mit Problemen also wenn der Mod Probleme macht dann ähm ja gehe ich das Risiko erst gar nicht ein und mache ich sie nicht ähm dann haben ein paar Leute gefragt ob ich vielleicht Turniere machen kann in Rome oder in Rouge etc und äh ja das kann ich vielleicht tatsächlich machen und die Musik ist gerade echt furchtbar laut aber naja das kann ich tatsächlich machen wenn ihr wollt also dass ich vielleicht ah dann nehmen wir auch wieder was Sklaven aus dem Ganzen ähm also dass ich ein paar Turniere veranstalte im Laufe der Sommerferien so die Einheit kann man mal auflösen die kostet viel zu viel Unterhalt 300 ich meine so schon besser kann ich vielleicht mal schauen bei Plündern ähm Unterhalt ist weniger öffentlich auch naja Nahkampfabwehr für die Einheiten wird weniger ja okay tatsächlich ein bisschen Malus gibt es tatsächlich okay dann würde ich mal sagen beenden wir die Runde und dann geht es auch schon weiter die Zufriedenheit ist jetzt natürlich etwas naja da müssen wir halt auch ein bisschen drauf achten wir können den Feind jetzt nicht gleich äh erobern weil einfach die Zufriedenheit nicht gegeben ist können zwar jetzt seine Armee vernichten und haben dadurch ein bisschen Ruhe aber es wird uns halt jetzt nicht gelingen seine Hauptstadt einzunehmen das dauert ein bisschen länger das ist auch bei Rome ähm dauert es allgemein viel viel länger bis man hingehen kann und wirklich also man kann eigentlich gar nicht hingehen und eine Provinz nach der nächsten erobern das geht im Regelfall nicht auf okay hier können wir die Einheiten verbessern so jetzt machen wir immerhin den Weg hier mal zu das bedeutet da kommt der Feind gar nicht mehr durch und ja die Zufriedenheit boah ist allgemein ein bisschen ein bisschen arg negativ die können wir natürlich auch hier ein bisschen erhöhen und immer was gibt es denn hier öffentliche Ordnung ah genau Nahrung können wir uns aber nicht leisten da gibt es eine Hungersnot die wird das nicht viel besser machen hier kommen wir immerhin die öffentliche Ordnung plus zwei ausländische Sitten na nehmen wir hier Wohlstand durch Sklaven und öffentliche Ordnung das wird doch auch nicht schlecht so die öffentliche Ordnung ja wir hätten vielleicht doch nicht so wie Sklaven halten sollen das sieht jetzt sehr negativ aus bei sich hier okay Ereignisse sieht eigentlich doch ganz gut aus sogar ob sie sind Sklaven und die Steuern also notfalls muss man hier halt die Steuern weg machen dann sollte es auch nicht viel besser werden aber dann haben wir immerhin mehr Zeit aber wir behalten jetzt die Steuern erstmal noch also solange das nicht bei minus 100 angekommen ist muss man uns eigentlich auch keine großen Sorgen machen okay dann geht es gleich weiter also ähm dass so ein kleines Rauschen gibt es wird wieder bei dem nächsten Part dann wieder besser okay dann ähm ja nein nicht mehr kein Franzose ich sehe immer dieselben Kommentare ich müsste mal wieder runter scrollen dann ähm Angst ist euer los jetzt kommen die Raben Kriegslüster das ist jetzt natürlich nicht so gut dann ähm bin ich glaube in den Kommentaren durch was ich mal einen vergessen sollte dann tut es wirklich furchtbar leid dann liegt es im Regelfall so ein bisschen an der YouTube App die ein wenig unübersichtlich sich zwar ganz nett aber etwas unübersichtlich so der fliegt jetzt das ist natürlich schlecht ähm wir müssen uns jetzt aber zurückziehen weil wir mit denen da unten sind wir jetzt halt auch im Krieg aber an sich sind die Fronten jetzt mal hier ganz gut geklärt so jetzt müssen wir mal schauen ob wir mit denen Frieden machen können okay schade weil ich habe jetzt gedacht da wir ja große Teile der Armee von denen vernichtet haben geht das aber naja ich habe jetzt halt den Vorteil dass wir relativ nah am Feind sind also könnten wir vielleicht sogar hier unten die Stadt einnehmen und ich meine zu behaupten die gibt bestimmt auch ganz gut Geld dann verfolgen wir mal die Armee und schauen was die da so vorhaben jetzt haben wir demnächst auch ein bisschen Geld das kann man dann vielleicht sogar investieren ein wenig wollen wir mal schauen okay ähm ja ich will den Pau zu 20 bis 25 Minuten lang machen das bedeutet wir gucken jetzt mal noch wie wir den Feind angreifen können wie wir die Stadt ausbauen können und dann ja wir verfolgen die Armee hier mit dem Spion weil wir wissen was der macht wahrscheinlich würde es sich irgendwo hin zurückziehen so ähm ach da ist ein feindlicher Spion von ihnen Anten Tat okay 1% lassen wir es lieber das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant okay da oben sind sie ich glaube der wägt sich zurück natürlich sehr schön so die haben eine sehr sehr schwache Armee hier freut mich natürlich dann können wir auch gleich nochmal eine Einheit rekrutieren und zwar eine iberische Kavallerie das ist doch mal nett und ähm mir liegt es noch dazu ach nee komm eine Einheit reicht fürs Erste schauen wir mal da drüben ob wir die Stadt ausbauen können was gibt es denn hier 5 Nahrung das ganze Nahrung wäre vielleicht gar nicht so schlecht weil dann können wir dieses Brot und Spiele aktivieren wobei wir bauen jetzt einfach hier was aus und öffentliche Ordnung iberische Kultur Nahrung Wohlstand öffentliche Ordnung und Kultur wäre glaubt nicht schlecht wobei die Kultur Hammer soweit ich weiß also ja bierische Kultur ist vorhanden ähm was gibt es noch Industrie also Wohlstand 100 mehr das Jahr würde sich in 13 Runden lohnen weil sich allgemein Gebäude nicht so wirklich lohnen dann Nahrung 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 oder Nahrung und ein bisschen Geld oder da kommen immer die Nahrung da kommen wir später vielleicht Brot und Spiele aktivieren und dann klappt das auch mit der Zufriedenheit wobei die sich ja momentan recht stabilisiert warum sind die eigentlich so sauer ähm wegen Sklavensteuern Ereignisse ja okay ein bisschen Stickmisschen an Sklaven die Sklaven werden wir jetzt ja wieder los wo wir Sklaven verkaufen machen das bedeutet ja dann geht's gleich weiter wieder oben steht der noch so dann ähm schauen wir mal wie der Feind sich hier verhält aber ich denke mal die Armee ist so klein dass selbst wenn wir keine Armee oh mein Gott oh mein Gott was ist denn hier los okay das ist jetzt natürlich ein Überfall der ist nicht so toll muss ich mal sagen da müssen wir schnell speichern und dann machen wir da im nächsten Part weiter weil es ist jetzt hier dann doch ein bisschen naja da müssen wir schauen dass wir so viel Schaden wie möglich anrichten ja wir haben ja nur 1000 gerade noch mal weniger also wenn das Gewinn ist wäre natürlich echt gut aber das ist bezweifelig stark da müssen wir dann auf jeden Fall unsere Armee zurückziehen okay also das bleibt auf jeden Fall spannend und dann hoffe ich dass der Part euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal ciao Leute